Hallo, hier ist WeHawkLP und ShortyTuber. Na sowas, denn wir machen heute ein 200 Abonnenten-Special und spielen Bubble Bobble. Oder nein, Puzzle Bobble spielen wir. Ja, nicht Bubble Bobble, das hast du gespielt. Ja, richtig. Puzzle Bobble, Puzzle Move. Ein Puzzle-Game für Super Nintendo und wir spielen es gegeneinander. Gleich einmal auf einfach und mit 7 Matches. Genau, 7 Matches. Und wir hoffen darauf, dass es funktioniert. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Gut. Ich bin happy. Äh, was machen wir? Level? Machen wir einmal 2, wir haben es auf 1 probiert, wir sind ziemlich schlecht. Ja. Wir sind ziemlich schlecht. Wir wagen es uns einfach. Ready? Go. Juhu. Okay, um was geht es in diesem Spiel? Wir müssen versuchen dreimal dieselbe Farbe ankugeln. Ach Gott, wie erkläre ich das? Äh, ja. Dreimal halt dieselbe Kugel aneinander zu reihen und den Gegner dadurch zu sabotieren. Oh, das war schön. Das war sehr schön. Das war... Scheiße war das von dir. Warum tust du mir das an? Das war nicht einmal gewollt. Das würde ich auch sagen. Ah, nein. Okay, wenn ich das schaffe... Oh. Okay. Nein. Yeah. Yeah. Nein, ich habe mich schon wieder verschossen. Nein. Jetzt geht es los. Jetzt... Jetzt wirst du mich kennenlernen. Hier. Das wird noch richtig spannend. Nein. Ich habe mich verschossen. Und es hat zum Glück keine Auswirkungen gehabt. Keine großartigen. Aber bei mir hat es Auswirkungen gerade. Oh Gott. Ich kann hier nichts mehr machen. Ja. Ich kann nichts mehr machen. Bitte nicht. Bitte nicht spielen. Ja. Tu es mir nicht. Ja, was kann ich jetzt... Ich glaube, ich warte am besten einfach, weil... Oh Gott. Ich muss was tun. Sonst... Scheiße. Das wird richtig spannend hier. Das geht schon richtig spannend. Ich muss mich hier aus der Scheiße reiten. Oh, oh. Bei mir wackelt es. Oh, bei mir auch. Und... Ja. Damit hat WeHawk die erste Runde gewonnen. Verdammt. Manchmal habe ich es sicher komplexer, wenn ich recorde. Das klang ein bisschen wie Chainsaw Man gerade. Ja, aber das... Das kommt mir auch gerade so vor. Ja. Ähm... Verdammt. Dieses Klingeln gefällt mir nicht, wenn es von dir kommt. Ja, das ist richtig. Ich hoffe gerade ganz schön was wegbekommen. Äh... Und... Es geht weiter. Ich mag es nicht, wenn dieses Spiel so wackelt. Äh... Oh Gott, das sieht bei mir wackelt... Oh Gott. Ja. Das wackelt auch richtig hier jetzt. Äh, bei mir tut sich gerade wieder nichts. Controller, hör auf! Was? Der Controller? Oh Gott. Ja, bei mir hat gerade der Controller einen kleinen Aussetzer gehabt. Oh, das ist nicht gut. Obwohl, für mich ist es gut. Ich kann mich nicht beschweren. Nein! Ey! Das ist... Physikalisch stimmt aber es nicht. Aber ich... Ja, ich habe mich schön rausgeritten. Jetzt kriegst du schön was da. Oh, scheiße. Mich hier in Sicherheit wiegen und dann sowas. Oh Gott. Jetzt wird es nochmal... Oh! Da kommt noch was. Oh, scheiße. Oh Gott. Das war's dann wohl. Super. Juhu! Ah, das war der Ausgleich. Oh. Jetzt. Entschuldigung. Mach. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich sehe nichts. Da sind Runde 3 Zeichen davor. Jetzt sehe ich was. Äh... Okay, okay, okay. Ich mache dich fertig. Tja. Verdammt. Du musst mich kennenlernen. Oh! Ich baue mir hier gerade eine Schlange auf der linken Seite auf. Nein! Nein! Oh! Verdammt! Ich habe mir die rote Kugel versaut. Nein! Nicht nur du. Bei mir war es auch rot. Oh, oh. Seitdem ist gerade irgendwas gelbes kaputt gegangen. Ja, genau. Und ähm... Ja. Endlich wieder rot. Kann ich meinen Fehler wieder gut machen. Ja, ich auch. Ich brauche auch was rotes. Haha! Rot! Ah! Nein! Ich habe mich schon wieder verschossen. Nein! Grün brauche ich jetzt gerade nicht. Ah! Ich auch gerade nicht. Äh, Violett brauche ich auch gerade nicht. Grün brauche ich auch gerade nicht. Was mache ich hier eigentlich? Du brauchst anscheinend gar nichts. Äh... Ja, ich kriege das, was ich nicht brauche. Ah, danke. Du hast meine grünen bekommen. Und die hast du doch sicher... Jetzt habe ich mir die blauen versaut. Oh. Okay. Ich bin gleich zugebaut, wie du vielleicht sehen kannst. Ja? Das ist schön. Okay, und jetzt bin ich noch mehr zugebaut. Und ich glaube, jetzt schickst du mir da gerade noch mehr. Danke. Okay, das kann ich glaube ich sagen. Äh, ja. Ähm. Oder auch nicht. Nein, das darf nicht wahr sein. Es sah schon so gut aus und jetzt geschieht sowas. Nein! Ja! Nein! Doch! 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 Nein! Doch! Wieso? Okay, irgendwas hat jetzt gerade nicht gestimmt. Ja. Äh, ich meine es ist schön, dass du dich für mich mitfreust, aber... Ja, gerne. Das Spiel macht Fun! Absolut! Okay, ich krieg da gerade sowas von dermaßen viel weg. Du kriegst gleich da mal eine Kette an Kugeln. Oh Gott! Oh Gott! Ja, ich seh es gerade! Oh nein! Oh Gott! 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 Ich bin fertig! Yeah! Das war eine schöne Runde! Ja! Durchaus! Go! Okay! Ja! Ja! Ja, nicht nur bei dir geht's so! Verdammt! Ich bin auf einer Seite frei. Nein, das sah gerade so schön aus. Und jetzt machst du mir hier wieder alles voll. Oh nein, nein. Du auch. Du hast mir auch gerade alles dazu. Verdammt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, den Orangenen kriege ich dann niemals rein. Ja, jetzt habe ich die Chance, richtig viel wegzumachen. Nein, du hast mir gerade alles blockiert. Nein, noch mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt. Du hast mir das letzte da auch noch dazu, Kotter. Ganz gut. Du hast mir ungefähr die Hälfte dazugeschmissen. Okay, das war mies. Ich stehe 2 zu 3. Ein Blau. Orange. Gelb. Okay. Grün. Noch mal Grün. Wieso habe ich jetzt noch mal Grün? Das ist eine gute Frage. Ich spiele mal Grün. Nein. So wirklich nicht. Blau. Ich könnte jetzt mal ein paar Gelbe gebrauchen. Gut, ich habe ein Gelb. Ich habe gerade ein Gelb. Nein. Oh, du hast es mir gerade so hergeschmissen da. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt. Viel Spaß. Oh nein. Oh nein. Tu mir das nicht an. Viel Spaß. Oh Gott. Oh, viel Spaß. Oh Gott. Was? Was tust du mit mir? Du kriegst Kugeln von mir. Oh. Wow. Schöne Kette da links aufgebaut. Oh, ja. Wunderschön. 3 zu 3. 3 zu 3. Das Entscheidungsspiel. Runde 7. Okay. Gar kein Stress. Nein. Alles ganz easy. Ach, Mann. Ach, Mann, ey. Oh, das gibt es nicht. Nein. Ich bin jetzt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein. Was tust du? Ich habe keine Ahnung. Das war nicht gut, was du gerade getan hast. Ich habe gar nichts gemacht. Du schickst mir da. Oh Gott. Woher kam das jetzt? Komm, etwas mehr Platz hier. Etwas mehr Platz hier. Ganz wenig. Nein. Ich wollte da gerade schießen. Das ist gerade in dem Moment runtergekommen. Ja, verdammt. Okay, das war ein großer Einser für dich und ein großer Nuller für mich. Ja, so sieht es aus. Ähm, und ich mache an der Stelle mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Runde.